Mein persönliches Thema, ich ziehe nächste Woche nach England, von daher nicht wirklich was mit Berlin. Berufliche Entscheidung oder privat? Beruflich. Das heißt, Sie können sich dort besser weiterentwickeln oder weshalb dieser Schritt? Nee, einfach aus dem Bauch raus, glaube ich. Die hatten einen coolen Job angeboten und von daher habe ich gesagt, warum nicht? Darf ich Sie fragen, was Sie dort dann genau machen werden? In der Kreuzfahrtindustrie arbeiten, aber als Verkäuferin von Kreuzfahrten. Sie mögen England? Ja. Auf jeden Fall sollte sich, bin ich der Meinung, die Gleichberechtigung in den Verdiensten, finanzielle Lage jeden Einzelnen sollte dort auf jeden Fall mit präsent sein. Ausländerpolitik ist kein unwichtiges Thema und wenn ich was habe, kann ich was geben, wenn ich nichts habe, kann ich nichts geben. Also das ist meine Vorstellung. Ja, es gibt ganz viele Sachen, die Sicherheit und so, aber ich glaube trotzdem, dass wir ganz gut aufgestellt sind. Und Thema Sicherheit, inwiefern machen Sie sich da Gedanken? Ich arbeite hier und da macht man sich doch manchmal Gedanken, aber ich denke, die Polizei wird es richten.